Setzen Sie ein Pronomen, Nominativ, Akkusativ, Dativ. In dieser Übung ersetzen wir das Nomen durch Pronomen im Nominativ, Akkusativ und Dativ. Der Freund, er, ihn, ihm. Die Frau, sie, sie, ihr. Das Haus, es, es, ihm. Dieselbe, dieselbe, derselben. Die Straße, sie, sie, ihr. Die Gläser, sie, sie, ihnen. Die Katze, sie, sie, ihr. Der Computer, er, ihn, ihm. Die Schule, sie, sie, ihr. Das Mädchen, es, es, ihm. Die Lampe, sie, 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 ihr. Das Land, es, es, ihm. Der andere, den anderen, dem anderen. Das Wort, es, es, ihm. Die Lüge, sie, 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 ihr. Die Lüge, sie, 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 ihr. Die Bilder, sie, 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 ihnen. Das Kind, es, 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 ihm. Die Studenten, sie, 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 ihnen. Die Sonne, sie, 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 sie. Derjenige, denjenigen, demjenigen. Die Leute, sie, sie, ihnen. Leon, er, ihn, ihm. Die Dame, sie, sie, ihr. Der Tisch, er, ihn, ihm. Das Mädchen, es, es, ihm. So, mit diesem Video sollten jetzt eigentlich die Pronomen wieder mal festsitzen. Bis bald. Bis bald.